Was ist das Sozialsystem in Deutschland? Die Arbeit unter allen Bedingungen aufzunehmen und unter allen Bedingungen heißt teilweise auch ohne Löhne und so weiter und sinnlose Beschäftigungen, da gedrängt werden, da ist ein weiterer Arbeitsmarkt, der sich daran bildet und so weiter. Es ist eine Unternehmersubvention, es ist keine Hilfe. Die Menschen werden in Not gedrängt, anstatt dass ihnen in der Not geholfen wird. Und ich habe mir halt vorgenommen, in diesem Zusammenhang das System zu sprengen und das geht am besten, wenn man in Hartz IV ist. Also deswegen bin ich in Hartz IV. Ich bin aber kein Hartz-IV-Bezieher, sondern ich bekomme die ganze Zeit nur die Sanktionen. Also Geld bekomme ich schon sehr lange nicht mehr. Ich habe alle Sanktionen auf mich gezogen, um viele Klagen machen zu können und die Klagen sind alle verfassungsrechtlicher Natur. In Gotha, das Sozialgericht hat aufgrund meiner Arbeit, also nicht nur meiner Arbeit, aber der durch mich impulsierten Arbeit, wir haben ein Gutachten in die Welt gebracht. Zur Verfassungswidrigkeit von Hartz IV hat das Sozialgericht in Gotha entschieden, dass Hartz IV verfassungswidrig ist und es tatsächlich nach Karlsruhe gegeben. Und als das der Fall war, war meine Aufgabe gewissermaßen erledigt. Und seitdem akzeptiere ich, dass ich sanktioniert werde. Ich bin jetzt im 36. Hungertag hier und habe mir vorgenommen, es gibt sehr viel mehr Hartz-IV-Tote als Mauertote in der DDR. Nur in der DDR wurde nicht über die Mauertoten geredet. Hier wird nicht über die Hartz-IV-Toten gesprochen. Ich bin im Hungerprozess, sterbe hier vor dem Adlon. Adlon, Symbol des Reichtums. Vor dem Brandenburger Tor, Symbol von fallenden Mauern. Ich hoffe, es wird sie geben. Die Menschen müssen als Sklaven zum Arbeitgeber gehen. Die müssen bei einer Bewerbung tun, als wäre es, und das ist jetzt wörtlich, bis zur Grenze der überzogenen Selbstverleugnung müssen sie so tun, als wäre es der Traumjob, der ihnen angeboten würde. Sie müssen lügen, auf alle Weise, damit wird der Mensch vollständig entrechtet. Und das hat zur Folge, dass der gesamte Arbeitsmarkt gewissermaßen diesen Niedriglohnsektor, der ist ja überall, überall werden Leute entlassen und wieder aufgenommen als von unten erzogen und zu anderen Bedingungen, das hat auf alle eine riesige Bedeutung. Das heißt, dieses gesamte System zieht seine Kraft aus der Todesangst der Menschen. Und meine Devise ist, wenn man gegen dieses System agieren will, muss man als erstes seine Todesangst besiegen. Dass man sagt, egal, ich darf sterben, sonst bin ich korrumpierbar. Das ist eine korrupt organisierte Behörde, die davon Vorteile zieht, wenn sie Leute schikaniert und niedermacht. Wenn man das weiß, wird man etwas lockerer. Und da gibt es ein ganz wichtiges Element. Macht eine Lügenboykott? Faschistische Diktaturen, die sie jetzt anstehen, können nur eingeführt werden, die Leute aus Angst lügen und sich beugen. Man muss sagen, wir sind nach Grundgesetz freie Menschen in einem freien Land. Und wir lügen nicht egal. Und Sie als Mitarbeiter, sind Sie bereit, auch nicht zu lügen, wenn wir jetzt miteinander reden. Wenn der mir dann eine Maßnahme ausdrückt, kann ich genau mit ihm darüber reden, warum. Dann sagt er mir, wenn es gut geht, ja wissen Sie, ich habe heute früh den Auftrag gekriegt, fünf Leute eine Maßnahme XY, die wir gekauft haben, reinzudrücken. Das geht gar nicht um Sie, es geht darum. Ja, sobald es so aussieht, als würde er etwas für mich machen und mich zu etwas drängen, weil es mir gut täte. Ja, stehe ich hier nach völlig, da muss ich mich wehren. Also so in der Art diesen Lügenboykott durchzusetzen. Das ist ein wunderbares Mittel, wenn man sich das überall vornimmt. Dann hat der freie Mensch in einem freien Land gewonnen. Wir leben in einer Umbruchswelt. Diese Umbruchswelt ist dadurch charakterisiert, dass eigentlich die Technik und eigentlich die Willensimpulse allgemein so sind, dass unglaubliche Neuerungen möglich wären. In der Industrie sind die Willensimpulse so, dass man sagt, wir wollen eigentlich keine Leute mehr arbeiten haben. Das sollen alles Maschinen machen. Dadurch ist eine unglaubliche Rationalisierungsbewegung weltweit im Gang. Und bei den individuellen Menschen ist eigentlich im Gang, dass man sagt, wir möchten in einer anderen Weise in der Welt stehen. Wir möchten wieder Verantwortung übernehmen. Wir wollen nicht den ganzen Globus vermüllen und so weiter und so fort. Wir möchten unsere Freiheit neu ausprobieren. Und das sind zwei Tendenzen, die eigentlich da sind. Und durch Hartz IV werden beide Tendenzen vergiftet. Also die Rationalisierungsbewegung in der Industrie ist eigentlich eine unglaublich positive Befreiungsbewegung der Menschen. Aber anstatt, dass die Menschen freigestellt werden, mit dem neuen Impuls leben zu können, werden sie in Sklaverei gezwängt. Und das dient einigen, nämlich denjenigen, die aus Sklavenwirtschaft ihre Profite machen können. Aber dem Fortschritt der Gesellschaft und vor allen Dingen dem Wohl der Welt dient es überhaupt nicht. Und je wichtiger eine Arbeit ist, desto weniger schaut man auf Geld. Das war immer so zu allen Zeiten. Und die Arbeit, die aus solchen Impulsen ist, wo man nicht auf Geld guckt, aus dieser Arbeit entstehen neue Kulturen. Nur aus solcher Arbeit. Und aus Arbeit, wo man Geld kriegt, je mehr Geld man bekommt, desto mehr bedient man vorhandene Reflexe. Und desto mehr ist das der Punkt, wo die Welt eigentlich untergeht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020